Liebe Besucher der Tierweihnacht im Tierheim Argenoa in Gotha, ich begrüße Sie alle recht herzlich, wünsche Ihnen einen schönen Tag mit uns, mit unseren Tieren. Wir wollen uns heute bei allen ehrenamtlichen Spendern, Mitarbeitern und so weiter bedanken für die Hilfe im letzten Jahr, wünschen euch einen schönen Tag, ein schönes Weihnachtsfest und wir sehen uns hoffentlich nächstes Jahr zur Weihnachtsfeier wieder. Musik 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.